Norddeutscher Rundfunk 2021 Oh Gott, ich glaube, das Gefühl, wenn man sich selbst auf dieser Riesenleinwand zieht, kann man kaum beschreiben. Weil das ist einfach, dein Fuß ist irgendwie acht Meter groß und alles ist, also diese Leinwand, man kann gar nicht vorne sitzen, sonst würde man irgendwie die ganze Zeit also gar nichts sehen, weil es ist so riesig. Meine Mama war das erste Mal da und hat den Film gesehen, das heißt, ich war irgendwie so die ganze Zeit am gucken, wie reagieren sie und es ist ein riesen Platz, mit der gefüllt von Menschen ist und es ist unter freiem Himmel und es ist irgendwie so eine schöne familiäre Atmosphäre trotzdem. Der Film zu sein, wo die meisten Kreuzchen hingegangen sind, ist unglaublich, also es ist schön und so ein Publikumspreis ist ja immer nochmal ein besonderes Lob irgendwie an den Filmen. Total schönes Erlebnis. Danke euch, unglaublich, dass wir letztes Jahr auf der Piazza Grande zu sehen waren, weil das ist einfach ein einmaliges Erlebnis. Grazie, Piazza Grande. Das war richtig, oder? Ja, ja. Das war richtig, oder? Das war richtig. Ja, das war richtig. Ja. Das war richtig. Das war richtig. Musik.